Herzlichen Glückwunsch! Der Kinder- und Jugendbereich des Steinheimer Familien- und Generationszentrum wird 10 Jahre alt und die Jugend gibt ein paar Gedanken und Wünsche mit auf den Weg. Hi, ich bin der Jan und ich bin echt froh, dass wir mittlerweile seit 10 Jahren das Familien- und Generationszentrum hier bei uns in der Evangelischen Kirchengemeinde in Steinheim haben. Ich hatte super Erlebnisse dort, ob es die unzähligen Abende in unserem Jugendraum waren, wo wir Feiern hatten, aber auch einfach nur nette Zusammenkünfte am Abend. Oder ob es die zahlreichen Aktionen waren in unserem Gemeinderaum, beispielsweise bei der Kruselnacht oder den jährlichen Ferienspielen. Ich hatte auf jeden Fall immer eine Menge Spaß und hoffe, dass dies auch weiterhin so sein wird. Happy Birthday auch von mir aus dem Urlaub aus dem Schwarzwald an das Familien- und Generationszentrum in Steinheim am Main. Es zeigt mir einfach, was für eine große tragende Rolle ein Ort im Leben spielen kann. In dem alten Gemeindezentrum bin ich noch zur Kita gegangen, habe dort meine Aufführungen gehabt, meine Faschingsfeiern und meinen Vorkonfittag. Und mittlerweile habe ich jetzt meine Konfirmation und die Jugendleiterkarte in den neuen Räumen absolviert. Und ja, mich dort in der Jugend und in der Kinderarbeit engagiert und hatte dort und habe dort immer noch eine tolle Zeit und genieße jedes Fest, jede Feierlichkeit dort. Deswegen danke, dass es dich gibt und Happy Birthday zum 10. Geburtstag. 10 Jahre Steinheimer Familien- und Generationszentrum. 10 Jahre ist es her, als aus der Vision Wirklichkeit wurde. Ich persönlich freue mich, dass ich diesen Weg mitgestalten und mitbegleiten durfte. Auch, wenn es mancher bedeutete, viel Arbeit, viel Schweiß und viel Herzblut hineinzustecken. Ich finde, es hat sich mehr als gelohnt. Und ich freue mich auf die nächsten 10 Jahre. Auf zahlreiche Begegnungen zwischen Jung und Alt. Auf viele kreative Angebote, die dann noch kommen werden. Und auf die zahlreichen Menschen, die mit viel Engagement und Herzenswärme dieses Zentrum gestalten und voranbringen. Aber nun, liebes Familien- und Generationszentrum, heißt es erstmal, lass dich feiern. Und denk daran, Geburtstage zählt man nicht, sondern man feiert sie laut. Alles Gute. Danke für die schönen Erinnerungen und auf weitere tolle 10 Jahre.